so dann noch einmal was kommt da hinten wo große dinge vor uns ist halt auch einer aber egal es noch ein bisschen ja halt mal das ist noch mal in kinkern jetzt noch schnell Merde, mobile geschützt! Kain, bring uns hier weg, jetzt! Zu spät! Der Franzose ist tot. Verdammt. Los! 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 Scheiße, ein ganzer Haufen Blechböchsen. Mit schwerer Artillerie. Das ist nicht schwer wie Sie. Was? Das ist schwerer Artillerie. Was? Was? Und, 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 und. Wohoho! Wohoho! Ich nehme mal den Kane mit, das ist schon mal richtig cool. Mal gucken, wie der abgeht. okay los sagt bescheid wenn ihr einen sammelplatz hat verstanden gibt uns nicht dass er so schlecht wie er fährt schweren beschuss geben die dürfen nicht vorbei diese batterie das schießt gleich Euro ja hallo Unterstützung um die Uhr helfen wir kurz was ich finde der Kaine hatten Herzschlag ich auch ein bisschen komisch oder das den Herzschlag angezeigt wird du wirst nur die aber die Sie auf die Kante ich bin wieder dank die Bordelberg aus dem Weg mit dem Tied bei der 6 3 es ist auf der Zeit die Impie werden wird sein vorbaut wirklich nicht nicht mehr schießen konnte so erstmal hier noch die fahrten leiden noch loswerden so ähm der kund bitte gehen nicht abstandhaft man nicht nachgeben was geht denn hier ab jetzt gehen machen wir mal da hier seine super duke fälligkeiten geht auch mal zu boden ein bisschen durch ja ja was machen wir jetzt du vernimmst die linke seite nicht nur recht du bist links doch ich bin links nach krafta wo auch für das fettig ist wo war so woher kommen die nächsten natürlich von da an super also noch so komische schwarze ja wir sind auch nicht so richtig ich bin euer skimmel um unterstützung nicht benötigen das vorstoßteam müsste uns jederzeit anfunken so lange müssen wir durchhalten das sollte man aber schnell machen ich habe halt auch gar keine richtige Deckung hey ja mitten rein in die Fresse mit der Rakete ist mal auch sehr nett wackelt alles rum das ist noch gar nichts nur noch ein bisschen durchhalten die situation liegt noch da musst du hingehen musst du so ein Kraftstoß machen hier in die rein alles klar bei dir mir gehts gut das ist doch gar nichts ich treffe ihn noch nicht mal ich mache das das finde ich cool ja ja hey 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 ganz langsam das hat was gebracht kümmere dich nicht um mich kann ich da irgendwie so ein aufstehen oder so ich meine äußerst in der vorsicht gewogen aha daneben und erst von hinten Na endlich so ist noch viel drin mal aufhelfen die bestehen ist auch eine spritze okay das ist doch gar nichts kümmere dich nicht um mich mit dem schild der müssen auf den sack liebt noch eine feier was die stürme auch los heute ist es ja auch darum was du an die überladung und was natürlich getroffen so leute ich bin mal kurz an den shoppen so ich brauche ein bisschen munition die mini kids die anderen haben ja auch kaum was so so alles voll kann ich da auch so granaten sind natürlich auch ganz gut da muss nicht in ladung das wollte ich haben so grunnen natürlich vollgebracht ich nicht um mich so na toll warum sie nicht weitergerollt hier ist ja richtig ab bämm die hat mal gesessen hallo voll im kopf aber interessiert denn gar nicht wieviel kommen denn da den hat smith schuld weggefetzt ich muss noch etwas spezielles machen treffpunkt wird die vorstoßteam okay wo ist das hier rum machen bisschen mehr action wir sollten ja weitergehen warum sagt mir das keiner noch so halbster durchstellen ah ne die sind auch dabei na dann das noch was für den rest von uns übrig es geht um den bonus aber die ganze arbeit will ich auch nicht machen passt schon na toll da kann ich eigentlich auch entdecken warum kann ich nicht entdecken ja genau benötigen sie meine unterstützung ne ich mach mal lieber selber weil die haben wir gerade selber probleme neuer verdammt ich wollte eine granate werfen hat aber gar keine mehr die genau das ist das ist wie wie ist wie was das ist wie das ist wie das ist wie das ist das hätte ich auf den geschossen aber wir haben es geschafft mein kugeln hallo bleibt mal stehen hier geht es nicht weiter aber da liegt ein medipack und das nehmen wir doch mal mit so euch geht es gut wir müssen wohl hier hoch haben gar keine andere wahl mein kugeln